Faust im Schatten der Nation. Eine Zusammenarbeit zwischen Filmhoch 2 und Dominik Liso Air Force. Der Pilotfilm zur Webseele ist nun fertig und feiert am kommenden Sonntag, also den 29. November 2015, seine Gala-Premiere im Babylon Kino Flut. Es wird zwei Vorstellungen geben, eine um 17 Uhr und eine um 20 Uhr. Karten reservieren könnt ihr unter Babylon Kino Flut. Aber beeilt euch! Die erste Vorstellung ist fast ausverkauft. Mehr Informationen zum Pilotfilm wie auch zur Webserie bekommt ihr auf der offiziellen Homepage von Faust. Wir sehen uns im Kino. Bis dann! Du steckst in Schwierigkeiten. So würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen.